Schauspieler Okay. Läuft's? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Sie kennen mich wahrscheinlich als Schauspieler hier am Staatstheater Hannover. Ich gebe jetzt mein Debüt in der Dramaturgie hier am Staatstheater Hannover. Dramaturg, das ist ein ganz besonders anspruchsvoller Beruf. Der Dramaturgenberuf ist ein Zuschauberuf. Der Schauspieler spielt, wenn er eine Bühne betritt. Der Dramaturgenberuf schaut auf die Bühne. Die Dramaturgenberuf ist eine Zuschaukunst. Die Dramaturgenberuf ist, würde ich sagen, die eigentliche Theaterkunst. Und das reizt mich natürlich ganz besonders. Die Dramaturgenberuf ist eine Lebenskunst. Und ich habe eine erste Aufgabe bekommen hier am Staatstheater Hannover. Das ist die römische Octavia von Anton Ulrich Herzog von Braunschweig und Wolfenbüttel. Ich bin geboren in Hitzacker. Das ist hier wahrscheinlich vollkommen unbekannt. Aber ich fuchse mich da jetzt mal rein. Ich drucke mir jetzt die originale Fassung aus. Das ist ein Werk von 7000 Seiten, 300 Charakteren. Eins kann ich vielleicht schon versprechen. Hermann als geisteskranker Nero. Was will man mehr? Meine Besetzung. So, gut. Dann gehen wir auf Drucken. Jetzt muss ich noch einen Druckertreiber installieren. Das gehört auch dazu, dass... Was? Ja, jetzt bin ich nicht der Admin. Scheiße. Achso, er ist gar nicht an. Nee, er ist Energiesparmodus. Das ist alles noch neu für mich. Ich weiß da nicht mehr, was für einen Drucker für eine Nummer hat. Das sind 7055 Seiten. Davon hat er jetzt 60, 70, 90. Er muss das jetzt alles erst rüber spielen. Ah, ich glaube, es druckt schon. Ah ja, es druckt schon. Offenbar noch nicht hier bei mir im Raum, sondern irgendwie hier in der Dramaturgie. Da. Da ist der Druckraum, der Papierraum. Jetzt druckt er nicht. Jetzt hat er hier irgendwie ein Problem. Wahrscheinlich irgendwie Papier, nein, Papier kann es nicht sein. Verblinkt da was. Ah ja, hier, Papierstaub. Da muss man C1. Zack. Ach, scheiße. Scheiße. Ach, nee, muss man vielleicht... Nee. Ach, das ist der Toner wahrscheinlich. Ähm. Auf die Seite zu. Scheiße. Ach, scheiße. Ähm. Gesa, ich habe da ein Problem mit dem Kopierer. Kannst du mir mal helfen? Gesa! Der kopiert, der funktioniert nicht. Kannst du mir mal helfen, bitte? Kannst du mir mal helfen, bitte? Kannst du mir mal helfen? 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 Vielen Dank.